Keine reine Männersache. Der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944. Stauffenberg handelte am 20. Juli 1944 nicht allein, als er versuchte, Hitler zu töten und das NS-Terrorregime zu beenden. In Büchern und Filmen finden sich schnell zahlreiche Namen von männlichen Mitverschwörern, doch der Beitrag von Frauen wird oft vergessen. Margarete von Oven gehörte zu den mutigen Gegnerinnen des Nationalsozialismus. Bei der Vorbereitung des Umsturzversuches hatte sie eine wichtige Aufgabe. Die Sekretärin bei der Wehrmacht veränderte 1943-44 zusammen mit Stauffenberg und Henning von Tresco heimlich die Walküre-Befehle und machte sie zu Waffen gegen das NS-Regime. Ihren Beruf als Sekretärin als Tarnung nutzend, gab sie wichtige Informationen innerhalb der Umsturzbewegung weiter. Nach dem 20. Juli 1944 wurde sie verhört, zwei Wochen inhaftiert, dann aber wieder freigelassen. Nach dem Krieg arbeitete sie eine Zeit lang in der Schweiz und heiratete 1955 Wilfried Graf von Hardenberg. Stauffenbergs Frau Nina lebte mit den Kindern in Bamberg. Sie wusste von den Planungen ihres Mannes. Ab Herbst 1943 transportierte sie für ihren Mann immer wieder Umsturzdokumente. Entwürfe verbrannte sie heimlich. Details und Namen von Mitverschwörern erfuhr sie zu ihrem eigenen Schutz nicht. Nach dem 20. Juli 1944 wurde sie inhaftiert. Die nationalsozialistischen Ermittler erkannten ihre Rolle bei der Umsturzvorbereitung nicht. Doch blieb sie in Sippenhaft und überlebte. Ebenso wie ihre Kinder. Auch Tisa von der Schulenburg wirkte im Krieg in der Umsturzbewegung mit. Die bildende Künstlerin hatte 1928 einen jüdischen Unternehmer geheiratet. Beide wanderten 1933 nach London aus. Nach der Scheidung kehrte sie 1939 nach Deutschland zurück. Sie heiratete erneut und übernahm die Leitung des Landguts ihres Mannes. Im Krieg erfuhr sie über ihren Bruder Fritz Dietloff vom Widerstand. Ihr Landgut war Ort geheimer Treffen ihres Bruders und Stauffenbergs. 1943 schrieb sie für den Fall des Umsturzes einen Aufruf an Künstler. Die nationalsozialistischen Ermittler erkannten ihr Wirken im Widerstand nicht. 1950 trat Tisa von der Schulenburg in ein Kloster ein und engagierte sich für sozial schwache Menschen. Marion Gräfin Dönhoff hielt Kontakt zum politischen Teil der Umsturzbewegung. Die junge Adelige hatte die Nationalsozialisten schon früh abgelehnt und 1933 gegen die neuen Machthaber protestiert. Ihr Studium setzte sie dann in der Schweiz fort. Ab 1939 verwaltete sie das Familiengut in Ostpreußen. Sie hielt Kontakt zu Widerstandsgruppen um Karl Gördeler und Helmut James von Moltke. Für die Umsturzbewegung diente sie als Botin und warb neue Mitglieder wie ihren Vetter Heinrich Graf von Lehndorf. In die Details war sie jedoch nicht eingeweiht. Nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli wurde sie durch ihren Onkel denunziert, von der Gestapo verhaftet und verhört, konnte sich einer Festnahme aber entziehen und flüchtete auf ihrem Pferd. Nach 1945 wurde sie eine der bedeutendsten Publizistinnen der Bundesrepublik und Herausgeberin der Zeit. Sie schrieb mehrere Bücher, die an die Widerständler vom 20. Juli 1944 erinnern. Untertitelung des ZDF, 2020